Hallo und herzlich willkommen hier auf HIDI Media. Ich bin der Konstantin und heute schauen wir uns mein Subregal an. Ja, bei mir kann es nur ein Subregal geben, also normale Regale, also Bücher, die ich aufhebe, gibt es bei mir im Haushalt nicht, weil ich jedes Buch nur einmal lese meistens, besonders so Bücher, Romane. Sachbücher hebe ich auf, je nachdem, ob die sinnvoll sind oder nicht. Ansonsten kommen die Bücher meistens weg. Ich verschenke sie, ich gebe sie weiter an Bücherbasare, wo Spenden angenommen werden, an Bücherei, die auch so Bücherflohmärkte machen und hauptsächlich auch an Bücherschränke. Wenn ihr wissen wollt, an welche Bücherschränke wir verteilen, werdet ihr die auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account sehen. Ja, heute schauen wir uns jetzt erstmal mein erstes Bücherregal an. Ich habe insgesamt drei lange, also drei große, hohe Ikea-Regale und zwei kleinere Ikea-Regale. Heute fangen wir mit dem ersten Regal an und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Kommen wir zur ersten Reihe in meinem ersten Regal hier in dem Video. Und zwar, wie ihr seht, habe ich hier die Reihe 1-10 von George R. R. Martin, das Lied von Eis und Feuer. Das habe ich alles zusammen über Ebay Kleinanzeigen bekommen. Da hat jemand seine ganze Fantasy-Reihe verkauft. Ich weiß gar nicht, welche Bücher ich hier auch noch von dem habe, aber ich habe eine Menge mitgenommen, eine Kiste, glaube ich, eine ganze Kiste. Und das war dabei. Eins davon hatte einen Wasserschaden, war aber nicht so schlimm. Das konnte ich irgendwie zufällig auch über den Flohmarkt auch wieder ergänzen. So, das nächste Buch ist von Ursula Posnanski, Erbos. Eins und zwei habe ich hier. Rot und gelbes Cover. Ist ein limited edition, hat sogar einen Buchschnitt, das wusste ich gar nicht, den schwarz. Beides. Tatsächlich, das eine hat den roten Buchschnitt und das eine schwarzen. Gut, dann habe ich Maxim Schatam Alterer, und zwar die Gemeinschaft der drei. Und ich finde, ich habe das aber ein reiner Coverkauf, also ich fand das Cover so schön, wenn es so glänzt, aber okay. Maxim Schatam Alterer im Reich der Königin. Ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt eins und zwei in der Reihe sind. Können natürlich zwei und drei sein, dann müsste ich das erste irgendwo als E-Book oder so besorgen. Mal sehen. Und das dritte Buch ist von Tobias O. Meissner, Die Dämonen. Mal schauen. Das sagt mir noch gar nichts, aber ich bin gespannt. Ich habe es auf dem Flohmarkt auf jeden Fall neu ergattert. So, kommen wir zur zweiten Reihe hier in meinem Bücherregal. Fangen wir erst an mit der Michael Peinkofer-Reihe hier an. Verlorener Thron, rote Flammen, tote Helden und tiefer Zorn. Ich glaube, tote Helden ist das erste. Ja, genau. Die Legenden von Astrei I. Ein reiner Fantasy-Roman. Wir haben die Peinkofer sehr gut gefallen mit den Orks. Waren gut und witzig geschrieben. Und ich erhoffe mir hier natürlich auch wieder ähnliche Geschichten, also ähnlich witzig geschriebene Geschichten. Die nächsten drei Bücher sind von Kai Meier. Die Wellenläufer, die Wasserweber und die Muschelmagier habe ich auf einem Bücherflohmarkt in einer Bücherei ergattert, wie man sieht hier. So, dann das vierte Buch von Lockwood & Co. von Jonathan Stroud. Die raunende Maske ist noch verpackt und genau so habe ich es für ein Euro auf dem Bücherbazar bekommen. Deswegen bin ich zweimal im Jahr auf diesem Bücherbazar, weil genau solche Sachen dort zu ergattern sind. Das nächste ist jetzt keine Fantasy-Reihe, sondern mehr eine geschichtliche Reihe von dem Ramses, ägyptischen König, Pharao. Hier die Jugendjahre, der Sohn des Lichts, der Tempel der Ewigkeit, die Schlacht von Kadesh, die Herrin von Abu Simbel und im Schatten der Akrazier. Das nächste ist ein Kinder-Fantasy-Roman, Fabula, das Portal der 13 Reiche. Das habe ich mir geholt, weil der Anfang sehr schön sich gelesen lassen hat. Da habe ich neu gekauft in der Buchhandlung. Die Idee mit den Portalen und so hat mir schon mal gefallen, deswegen habe ich mitgenommen. Dann habe ich auf dem Bücherflohmarkt in den Fängen des Werbe von a.f.morland geholt. Das erste Buch, also irgendein Buch von dem habe ich ja bereits in gelesen in vorgestellt. Das verlinke ich jetzt nochmal oben hin, dann könnt ihr euch das gelesen im, jetzt weiß ich nicht welchen Monat, aber das werdet ihr dann sehen. So, dann haben wir hier ein Fantasy-Roman, Rune der Knechtschaft, die Legende von Ayesha, von Angeguero, ja würde ich sagen, habe ich glaube ich gebraucht gekriegt. Könnte auch ein Dings-Exemplar gewesen sein, ein für drei Euro dieser Exemplar, jetzt weiß ich mal wie die heißen, Mängel-Exemplar, genau. So, dann haben wir von Pamela Freeman die Prophezeiung der Steine, das Land der Seer und weiter geht es mit Mikkel Birgegard, die Bibliothek der Schatten. Die Bücher habe ich ebenso auf dem Bücherflohmarkt geholt und von Jonathan Stroud habe ich Drachenglut, ebenso auch auf dem gleichen Bücherflohmarkt, Bücherbazar, wo ich das geholt habe. So, in der dritten Reihe sehen wir jetzt ein paar Mischmasch-Romane, also die habe ich jetzt noch nicht so richtig sortiert, muss ich sagen. Fangen wir an mit von Markus Heitz die Blutportale, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt ist ein Roman, ob es jetzt ein Krimi oder ist, kann ich jetzt nicht sagen. Also die kann ich jetzt nicht genau sagen, was das für Roman ist, aber da geht es weiter mit Kinder des Judas von Markus Heitz, dann die Teufelszahl von Jörg Kastner und Teufelssohn ebenso von Jörg Kastner. Ich glaube, das sind irgendwie zusammenhängende Reihen, die zwei. Könnte sein, dass es noch ein drittes Buch gibt, aber das kann ich jetzt leider so nicht auswendig sagen. So, in Eragon haben wir hier die drei Bücher, ich glaube, aber es gibt mehr als drei und zwar von Paulini, ja, Christopher Paulini, Eragon, der Auftrag des Ältesten, die Weisheit des Feuers und das Vermächtnis der Drachenreiter. Dann haben wir hier die Kane-Chroniken von Rick Jordan. Ich weiß nicht, ob man so richtig ausspricht, aber ja, der Feuertron, die rote Pyramidia, der Schatten der Schlange. Und weiter geht es mit von Kao King, sieben Magier und der letzte Magier. Das ist ebenso eine Buchreihe, die zusammengehört. Dann haben wir hier das erste Buch von Skaldegary Pleasant. Soll sehr gut sein, habe ich gehört, die Reihe, deswegen habe ich mir das geholt. Und die habe ich übrigens auf dem Bücherflohmarkt gekriegt, die meisten. Und natürlich fehlen hier eine Menge noch. Ich glaube, es ist eine Riesenreihe und also verschiedene Geschichten soll es, glaube ich, sein. Nichts gerade zusammenhängend. So eine Art Kriminalrothman mit fantastischen Wesen. Aber mal sehen, ich bin gespannt. Dann haben wir von Ben Aronowitsch. Fingerhutsommer. Und weiter geht es mit Ein Wispern in der Unterbaker Street. Wow, schwer zu sagen. Und Schwarzer Mond über Soho. Das ist eine Art Grimmie-Gespenster-Reihe. Und ich habe schon das erste Buch gelesen. Fand ich sehr gut. Und deswegen hatte ich mir die anderen, sobald ich sie auf dem Flohmarkt irgendwo gesehen habe, einfach mal mitgenommen. Wenn ich von Bücherflohmarkt rede, dann meine ich natürlich immer den Bücher-Bazaar. So, dann haben wir hier von Flavia de Luce. Mord im Gurkenbeet. Das ist das erste Buch in einer längeren Reihe. Bin ich auch gespannt, wie das ist. Ist auch, soweit ich gesehen habe, eine Art Krimi. Gut. Dann haben wir hier von Christoph Marzi Lysitas. Die uralte Metropole. Habe ich, ähm, sieht aus. Ja, die habe ich gebraucht, äh, gekauft. Auf dem Bücherflohmarkt. So, gut. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zur vierten Reihe. Genau. Und zwar haben wir hier die Barthelmeos-Reihe, auch von Jonathan Stroud. Das Auge des Golem. Das Amulett von Samarand. Samarand. Und die Pforte des Magiers. Ähm, dann kommt die mächtige Zauberin. Hm. Ah ja, die Nikolaus-Flanel-Reihe. Ähm, die habe ich mir gekauft, weil ich da, ich glaube, bei in irgendeinem Buch von Harry Potter war da die Rede von einem Magier namens Nikolaus-Flanel. Und da habe ich mir gedacht, oh, die habe ich auf, ihr seht den Aufkleber, habe ich, äh, auf Rebuy gekauft. Ähm, habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich mal die ganze Reihe und schaue sie mir mal an. Habe ich bis jetzt noch nicht gelesen, werde ich irgendwann mal lesen. Also Fantasy-Reihe. Der dunkle Magier, die Geheimnisse, ja, das haben wir ja, der dunkle Magier und der unsterbliche Alchemist. Weiter geht's mit die, mit den Chroniken der Unterwelt. Da hatte ich die Serie angefangen, habe ich gedacht, oh, da gibt's ein Buch dazu. Habe ich mir geholt. Ähm, da gibt's offenbar jetzt noch eine andere Reihe, auch zu dieser Geschichte. Und damit, man sollte damit anfangen zu lesen, dann kann man die andere Reihe lesen. Das ist City of Bones, City of Ashes und City of Glass. So. Dann haben wir die Labyrinth-Reihe. Die Außerwelten im Labyrinth. Äh, die Außerwelten in der Brandwüste und die Außerwelten in der Todeszone. Ich hab heute, äh, äh, im Laden gesehen. Da gibt's offenbar noch ein Buch dazu. Also, aus der Trilogie ist offenbar eine Quadrologie geworden. Also, ist dieser Schuber jetzt schon wieder hinfällig. So, dann haben wir die Spur der Bücher von Kai Meier und der Pakt der Bücher. Weiß nicht, um was es geht, ist aber Fantasy. Dann haben wir die überall aus dem Flohmarkt geholt, die Reihe hier. Hab ich wieder eine komplette Reihe gefunden. von Rachel Rachel Neumeyer Der Greifenmagier, Herr der Winde, Land des Feuers und Gesetz der Erde. Und ganz da hinten haben wir Brandwigs Der Weg in die Schatten. Ist, wenn ich's richtig sehe, ein Ninja-Roman. Bin ich gespannt. So, kommen wir zur 1, 2, 3, 4, 5. Reihe in unserem Regal. Und zwar haben wir hier Richard Lehman viele Bücher von Richard Lehman. Die hab ich einfach mal gesammelt. Von einem Flohmarkt auf den anderen. Richard Lehman, das Grab. Okay. Dann überspringen wir erstmal Richard Lehman. Ach nee, die Insel, der Wald und die Show. Davor haben wir jetzt hier noch von Patrick Dune das Maya-Ritual. Also jetzt sind viele Thriller, so wie ich das sehe. Dann von James W. Nickel ausgesetzt. Psycho-Thriller. Dann von Mark Allen Smith, der Spezialist. Dann von David Morrell, Creepers. Dann haben wir hier Scott Smith, das nur Dickicht. Dann von Paula Hawkins, Girl on the Train. Und von Jillian Flynn, Gun Girl. Das wurde mir empfohlen von einer Kollegin im Büro. Deswegen hab ich das mir auch neu gekauft, wenn ich das richtig sehe. Nee, das hab ich auf Rebuy mal gekauft. Und Gun Girl ist ein Flohmarktkauf. So, dann hab ich Andreas Eschbach, der Jesus-Deal. Das ist der zweite Teil von Andreas Eschbach mit dem Jesus-Video. Das hab ich gekauft, weil ich gespannt war, wie es weitergeht. Dann haben wir In Fremden Gezeiten von Tim Powers. Das ist ein Piratenroman. Hab ich auf dem Flohmarkt entdeckt. Ich wollte mal was mit Piraten lesen. Bin ich mal gespannt, wie es wird. Dann haben wir Der 77. Grad von Bill Napier. Dann von Mark Elsberg Blackout. Das hab ich angefangen momentan als Hörbuch, aber ich komm mit Hörbüchungen ja nicht so ganz schnell, schön weiter. Deswegen, ähm, naja, ist halt so. Dann, ich werd's wahrscheinlich eher dann lesen, sobald ich Zeit hab. So, dann kommt das Heim von Matt Strandberg. Dann haben wir Angel Island. Mehrere Autoren. Scheint äh, ach, eine Anthologie zu sein. Also wir haben da äh, verschiedene Geschichten. Dann haben wir Schimmer von Hilary Norman, einem Psychothriller. Dann haben wir hier von Preston Douglas Credo, das letzte Geheimnis. weiter geht's mit Broken Dolls von äh, James Carroll. Dann von Amber Benson. Einmal tot ist nicht genug, das hab ich auf dem Flohmarkt gesehen. Ähm, ja, ich hab da mal reingelesen, dachte mir, okay, warum nicht? Hol ich mir, hab ich mitgenommen. Dann haben wir ein Buch von Markus Heitz, auch ebenso auf dem Flohmarkt entdeckt. Vampire, Vampire, alles über Blutsauger. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Regal, äh, letzte Reihe in meinem Regal. Und zwar war auch das letzte, der letzte Teil dieses Videos, weil das nächste Regal kommt dann in dem nächsten Video dran. Wir haben hier die ganze Reihe von Terry Pratchett, von Büchern, von der Scheibenwelt, Geschichten, die ich schon ewig in meinem, äh, Sub habe. Ähm, ich lese immer eins, also ich lese die richtige Reihenfolge und komme halt entsprechend voran. Und natürlich habe ich mir irgendwann mal alle zusammen gesammelt. Wie ich das geschafft habe, weiß ich leider nicht mehr, das ist schon sehr, sehr lange her. Aber die habe ich mir irgendwie alle mal zusammen ergattert. Und, äh, wie in einem, einem meiner aktuellen Videos, das verlinke ich mal, das wird aber erst wahrscheinlich Ende des Monats kommen. Da habe ich tatsächlich eine Kiste mit noch mehr Büchern von Terry Pratchett gefunden auf dem Flohmarkt. Aber mehr davon gibt es dann in dem Video. So, gucken wir einfach mal. Jetzt haben wir hier Terry Pratchett Heisehüpfer. Dann haben wir hier von Terry Pratchett Prucker, Wühler, Flügel, die Nomen-Trilogie. Ach, sieh mal an, ich habe die Nomen-Trilogie. Guter Schnitt gekauft habe. So, dann haben wir hier von Terry Pratchett Klonk. Da ist was dazwischen, das machen wir dann später. Dann haben wir von Terry Pratchett Total verhext. Rollende Steine, Macbeth, das ist übrigens das nächste Buch, das ich lesen werde. Da werde ich dann auch im gelesenen Innen wahrscheinlich was dazu sagen können. Dann haben wir hier Terry Pratchett, das hat nichts mit der Scheibenwelt zu tun. Ne, hat nichts mit der Scheibenwelt zu tun. Tralle Drachen. Dann haben wir eine Insel von Terry Pratchett, die Nachtwächter von Terry Pratchett und ein Misch, ein gutes Omen mit Terry Pratchett und Neil Gaiman. Dann von Terry Pratchett Hellebaten. Dann haben wir von Terry Pratchett Darwin und die Götter der Scheibenwelt. Und das war, ah, wieder was dazwischen, das war das auf der Seite. Dann haben wir von Terry Pratchett Maurice der Kater und wieder eine Mischung mit Terry Pratchett und Neil Gaiman ein gutes Omen. Von Neil Gaiman gibt es ja dieses tolle Buch, wo es auch so eine Verfilmung oder Serie gab, so ein Typ, der Weihnachten liebt und die Kinder entführt. Kann ich nur empfehlen. So, dann kommen jetzt die Bücher, die dazwischen waren. Ich kann mir alles merken, nur nicht mehr so lange. Habe ich auch im Flohmarkt entdeckt und ja, wollte mal sehen, wie es ist. Ist ein Roman. Dann haben wir die Entdeckung der Langsamkeit von Stendner Dolny. Ebenso hat sich angehört. Wollte ich mal anschauen, wie das so ist. Ein normaler Roman. Dann haben wir hier von Markus Heitz Ritus. Sanktum. Ich glaube, das gehört zusammen, aber ich bin mir nicht sicher, das muss doch ein 3. Das ist doch ein 3. Ja, das ist eigentlich eine Trilogie, aber ich glaube, habe ich die oben schon gehabt. Bin mir nicht sicher. Falls ihr irgendwelche Geräusche hinten hört, das ist der Hundtisch. Spielt mit irgendwas. So, dann haben wir hier gut versteckt, auch von Markus Heitz, die Mächte des Feuers. Auch von Markus Heitz, Oniros, Tödlicher Fluch. Oh, ist die Heizreihe hier. Und jetzt haben wir noch Markus Heitz, das Teufelsgebetbuch. Das habe ich neu gekauft. Ui, hat schon, oh nein, Knick bekommen. So, blöd. Na gut, dann haben wir die Uldat-Reihe von Markus Heitz. Hier, das ist eine Fantasy-Reihe. Die verschiedenen Teile von der Uldat-Reihe haben wir hier. Bis da hinten hin sind 1, 2, 3, 4, 5 Bücher. So, das war das erste Regal in meiner Regaltour. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die nächsten Regale werdet ihr in meinen nächsten Videos dann sehen. Wir haben ja einige noch vor uns. Ansonsten wünsche ich euch heute noch einen schönen Sonntag und, ah, eine Sache noch. Habt ihr bemerkt, dass ein Buch doppelt war? Wenn ja, schreibt es mal in den Kommentaren, welches Buch das sein könnte. Ich bin echt gespannt, wer das bemerkt hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!